Hallöchen meine lieben Freunde und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren kleinen lustigen Runde No Man's Sky in der letzten Folge die eine Stunde und siebzehn Minuten gegen haben wir erst mal ein bisschen was ausprobiert ob wir das mal anprobieren sollen und jetzt ist der Dominik und ich hier fliegen zwei Fische da fliegen zwei Fische hier fliegen zwei Fische 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 fliegen die fliegen da Fische fliegen da fliegen über mir Fische hey du bist alles klar du bist hier hab gedrückt hat nicht dieser Planet du bist woanders ja ich bin auf dem verstreitenden Planet auf dem Montag von gestern und ich habe scheiße wie kann ich die Sicht ändern wie war das du musst drücken und ich kann nicht abheben ich kann nicht zu dir kommen ja und wie kann ich das ändern was naix und dann links ein Hilfsmittel und dann hoch und dann Kamera Ansicht und die Werkzeug erst dröhnen von dem Flugzeug ist gar nicht laut oder so naja jetzt okay für ein Scanner schon hatte um zu finden gerne kritisch beschädigt dann dröhnen das so alter weiß ich nicht aber ich sehe dich ich sehe da ja genau und jetzt halt da mal drauf dann steht da nicht dieser Planet nicht dieser Planet war genau ja krass sammle für Riedsstaub mach ich auch grad boah boah alter ja jetzt kannst du auch leiser machen mal gleich ne es geht lautstack ist ok achso das war hier lol ich Idiot so jetzt kann ich da so eine Metallplatte machen und jetzt kann ich daraus so ein Raumschiff Starter Pack machen zack und jetzt können wir abheben Digga auf dem Planete hat es 25 Grad der ist echt gut echt? ja krass repariere den Scanner Schaden das ist jetzt unheimlich ah ok gerne jetzt gerne um Natium zu vokalisieren boah alter da ist Natium da ist Natium ich nehm direkt ein paar Kohlenstoffkistalle mit mach das nimm alles mit was du finden kannst nju nju niemand nju nju ha Da steht ja bei dir jetzt Hilfe, Gefahrenschutz niedrig Wo? Ja, da im Dings Ne, bei mir nix Okay, bei mir stand's nämlich grad, weil da beim Chat unter dem Dings Okay Digga, was passiert hier, Alter? What the fuck, Mann? What the fuck, was passiert? Bin ich grad gestorben, oder was? Da steht Dominus gestorben, tot durchs Schiffkampf Hä, was für ein Schiffskampf? What the fuck? Ich glaub, dich hat jemand umgebracht Ja, aber warum soll der das tun wollen? Ja, echt, tatsächlich, Alter, what the fuck Boah, Alter Was passiert denn? Digga, der schießt mit irgendwelchen Arketen auf dem Planet Wie, wer, wo? Da ist aber so ein Raumschiff, so ein Typ Digga, what the fuck, Alter Was ist hier los? Ich bin gestorben Echt? Ich flieg mal zu dir Ja, mach das, komm mal her Ich bin nämlich grad fast da Ah, ich bin sogar schon da Oder? Wo bist du jetzt? Irgendwo Moin Obacht Wo ist es? Ich seh's nicht Nee, du siehst's nicht Bleib mal stehen Wo ist dein... Ach, da Oh, hallol Krass Du siehst's nicht Moin Moin, schieß mich nicht ab, Alter Warte mal Was kann ich denn machen hier? Ja, ich muss erst mal zu meinem Grab gehen Wo ich grad gestorben bin Moment Sky, Freunde Ach, mit E, okay Das sieht aus wie meine Mutter Erreiche das markierte Signal Muss ich das machen, ja, oder? Wo ist das? Ja, ja, ja Weil du hast ja kein Raumschiff und nix 627 Uhr Flieg mich mal da hin Äh, wie soll ich dich da hinfliegen? Soll ich dir jetzt hinlatschen, oder was? Ja, wie soll ich dich da hinfliegen? Erzähl mal Ja, mit deinem Raumschiff kann ich da nicht rein? Nein Warum nicht? Weil das für eine Person ist? Ach, das ist für eine Person? Ja, natürlich Ja, dann stell dich mal drauf Mensch, das klappt jetzt Nee Das geht nicht Alter, alles klar Siehst du meinen Flieger jetzt? Ja, ich sehe ihn tatsächlich Oh, krass Jo, schieß mal nicht, Alter Jo, Alter, hallo, lass das Ich sterb gleich, mein Leben Okay Wo musst du hin? Zu dem Signal Ja, das ist mir schon klar Äh, in Richtung In Richtung, äh, über den Buckel Wow, Sherlock, danke für den Tipp Über den Buckel Ja, der hier vor mir ist Ja, jetzt kommt mir der Sache schon ein bisschen näher Boah, wie es jetzt dunkel wird, Alter Ja, krass Da ist ein anderes Flugzeug Da ist ein anderes Schiff Guck mal in die Luft Siehst du das? Das bist du? Wo? Ich knall das gerade ab Leute, bis da nach hinten kann ich nicht gucken Ich hab's vom Himmel geholt Es explodiert gerade Geil Weltraumkampf Ich hab's gerade Komplett runtergeholt Krass, scheiße Hallo Guten Tag, ich bin etwas über ihn Boah, Digga, die Musik, Alter Was zum Teufel Wegen? Jetzt latsch mal zu dem Signal, Alter Ja, jetzt warte Lass mich die Musik Leise machen Ich sammle hier mal ein bisschen Zeug ein Du das Mach mal hier irgendwas Nee, ne? Mach mal hier nichts interessantes Oh nee, what the fuck Was ist das denn? Deuteriumreiche Pflanze Okay Jetpack Stromstoß entdeckt Okay Also Leute, hier gibt's übrigens 18 Quintalillionen Planeten Das ist eine 18 mit wieviel Nullen? 30, ne? Ja Ich hab hier ein Riesenaufkommen an Natrium gefunden Geil, nimm mit Können wir gebrauchen Ja, das waren jetzt Jetzt halt dich fest Warte, ich sammle immer noch ein Echt? Das waren jetzt Da ist immer noch Alter Das waren jetzt 216 Natrium Oha, krass What the fuck, Alter Ja Ja, ich sammle hier jetzt mal Zeug ein Was soll ich anderes machen gerade? Ja, eben Technologie aufgeladen Und wie weit noch? Ähm, 150 Ah, hier ist das Ja, dann lande ich da mal Oder ist das hier? Guck mal Wo? Na, den Berg da runter Ja, jetzt da am Berg vorbei Und dann da unten, ja Da bei den Häusern, oder? Am Berg vorbei Und dann What the fuck? Ach da Ich war gerade an der anderen Stelle Ah, da ist dein Raumschiff Siehst du? Ja, genau Ich verschieße es mal Ey, lass das Mach das nicht Mach mal Drück mal T T T Wow, ist ja Licht T für Taschenlampe Geil So, jetzt musst du hier noch das Ding ran, du Na ja Erreiche das markierte Signal Reisemeilenstein erreicht 8000 Fuß zurückgelegt Er hat 8000 Meter Diggi Das ist krass Das ist krass Das ist krass Ich habe kaputtes Metall gefunden Nehme ich mit Projektilmunition, ich habe Schüsse gefunden Geil 89 Schüsse Yo, guck mal das Riesenraumschiff Ich kann gerade nicht, ich muss den Text lesen Alter Ja, lese mal vor, das ist spannend Das ist gleich wie bei dir, Mann Ja, schön, dass du das mit den Zuschauern teilst Das haben die ja gestern oder Genau, weil jeder nämlich eineinhalb Stunden das Ding angeguckt hat, bin ich mir sicher Ja, das kam ja am Anfang, das Ding Ja, ja Ja, ja So eine faule Sau Untersuche das abgestutzte Schiff So, jetzt brauchst du ja Zeug und so und das kann ich dir jetzt einfach geben Der Planeten ist komplett am Arsch, Alter, das ist ja nix hier Ja, wir müssen hier weg Atlas Verbindung, unregelmäßig Startschubdüsen offline Unregelmäßig Wer hätt's gedacht Ohne Ausrüstung und blibla blub mich zu erkennen Blibla blub Exoanzug verbinden Atrium Ja, aber das hermetische Siegel kannst du mir nicht geben, das muss ich holen Ja, das ist klar Impulsantrieb reparieren, Metallfahrt sammeln für Rietstoff, hab ich Also Sau gruselig So, jetzt brauche ich noch das hermetische Siegel Und das ist wo Das werden wir gleich herausfinden Oh, warte mal, da ist doch jetzt ein vergrabenes Technologie-Modul Und ich seh dir den Diagnosebericht da Jo, Dominik Jetzt warte doch mal Moment, langsam hier Langsam hier Weißt du, ich rede gerade mit dem und er sagt, jetzt mach mal langsam Das sollte er vielleicht mal langsam machen Unterstützung anfordern Hermetische Siegel Leidenkarte aus Notrufsignal bergen Das ist ja wild Was ist das? Digga, guck mal hier runter Geh mal da rein Guck mal, das Technologie-Modul, das gönne ich mir Äh Ja Geborgene Daten Ja Geborgene Daten? Zwei geborgene Daten Weißt du, was die wert sind? Was denn? Beide zusammen 104.000 Units Das ist viel, glaube ich Ja, das stimmt Ich glaube, also 104.000 ist sehr viel, ja Ich benutze, drücke Tab und markiere, was Planetenkarte Uiuiui, Planetenkarte So, wieder zu Sauber Da ist das hermetische Siegel So, was brauche ich denn für den Für den Für den, wie heißt der noch, dieser Hypothüsen-Schubantrieb Was weiß ich Wie kann ich das gucken? Mit Tab Das war der Reines Ferit Das muss ich ja in den Ding da machen Oder? In dieser Komischen Fabrik da Tragbare Raffinerie Und die Wasserstoffgelee auch Guck, ich hab die mal hier hingestellt Was brauchst du? Reines Ferit und die Wasserstoffgelee Okay Die Wasserstoffgelee kannst du ja machen, oder? Ah, nee, das muss ich auch hier Ah, hab ich ja gut für ein Wimpy verwendet Okay, kann ich Ja, ich tu grad die Wasserstoffgelee herstellen Ah, okay, alles klar Haben wir das das letzte Mal auch in der Raffinerie gemacht, das Gelee? Ah, ja, ich glaub, oder? Kannst du das nicht so craften? Warte mal Die Wasserstoff? Ey, du kannst das so craften wie Idioten Wie denn? Ja, mit 40 Die Wasserstoff Ja, und wie crafte ich das? Na, in deinem leeren Ding Da ist, in deinem Exo-Anzug sind ja so leere Felder Ja Klick, schalte mal drauf und dann hast du da Crafting Alle Produkte, die du herstellen kannst Oh, die Wasserstoffgelee, ah, mit, ah, okay Dann mach ich, äh, das andere Was hast du gar gebraucht? Ferit Reines Ferit, ne? Ja, ja, schon klar Wie viel? Hab ich gar nicht geguckt, warte, ich steig nochmal ein 50 50, oh, ich hab jetzt 100 gemacht Ist egal, 100 ist auch, okay Ja, 100 ist 100 So, zum Aufnehmen Wo bist du? Hier bin ich Du stellst die Frage, ob ich dir das, ob ich dir das geben kann Weppy Domme Weppy's Demon Freunde's Demon, No Man's Sky, Freunde Kann man sich keine Sachen geben, oder was? Pass auf, dann machen wir das so Ich leg das Leg das da rein Ja, genau Ist links drin, Reines Ferit Kann ich das? Ja, ich muss da, ah, okay Na ja, dann geh doch ran Die Map von diesem Spiel ist circa 18 Trillionen Quadratkilometer Im Vergleich zu Minecraft ist da 3 Milliarden Ja, das Spiel ist ungefähr so groß wie das echte Universum Kannst du, also sowas oder so Das hat 18, 18 Quintillionen Planeten Ja, eine 18 mit 30 Nullen Richtig Alter Startschutdüse repariert Nice Kann ich zwar mal starten damit Ja, dann kannst du ja jetzt zu dem Ding fliegen Kann ich das? Ja Wie mach ich das? Wie weit ist das überhaupt weg? Wo ist denn das? Da hinten, das ist weg 790 Units Alter, alles klar Ja, nee, kann ich nicht Das brennt noch, das Raumschiff Kannst damit nicht starten Ich glaube eher weniger Wie würde ich denn damit starten? Na, mit W gedrückt halten Funktioniert nicht Okay Das geht nicht Dann muss ich da wohl hinlaufen Dann musst du mal da hinlatschen Oh Mann Aber alles half the white Das kriegen wir hin Oranansammlung Oha Das nutzen wir mal